Hallo ihr Lieben, heute ein Video zum Thema Turnierreiten, die Grußaufstellung. Jetzt sagt ihr, naja, Grußaufstellung ganz einfach, ich reite irgendwie auf die Richter zu, Grüße und Gutes. Nein, nein, ganz so einfach geht das nicht. Auch da gibt es diverse Fallen, Listen und Tücken, die es so zu beachten gibt. Und damit beschäftige ich mich jetzt mal. Das Wichtigste ist erstmal hier im Bereich des Abteilungsreitens. Wenn ihr in einer Abteilung unterwegs seid, habt ihr ja, wenn die Abteilung gebildet wird, schon eine Pferdelänge Abstand voneinander. Sprich, vier Schritte a 80 cm gleich eine Pferdelänge 3,20 m. Jetzt lautet das Kommando der Striche, die ich hier gemalt habe, Anfang rechts dreht, links marschiert auf und Anfang halt, wenn der Reiter die Verbindungslinie zwischen e, b erreicht hat. Stehen alle vier Reiter, heißt es grüßen. Und danach das Folgekommando heißt, zu einem rechts brecht ab im Arbeitstempo trab. Seitenverkehrt wäre es andersrum. Also links brecht ab oder Anfang links dreht, rechts marschiert auf. Das heißt, man stellt sich rechts von dem Thetenreiter auf. So, hierbei ist es wichtig, dass ihr geradeaus wirklich auf die kurze Seite zu reitet. Und wie ihr gesehen habt, im Tempo leicht versetzt, so wie die Striche das hier aufmalen. So, wie sieht denn das jetzt so seitens der Richter aus? Jetzt mal einen Blick hier aus der Richterhütte raus. Von hier aus kann man nämlich sehr gut sehen, weil ihr auch einen entsprechenden Blickwinkel habt, ob ihr tatsächlich gerade einreitet oder ob ihr eventuell schwankt, euer Pferd schief steht oder die Hinterhand breit steht. Ob die Hinterhand raus steht, das kann man von C aus ganz schlecht erkennen. So, das Grüßen muss generell immer ohne Gärte erfolgen und das Pferd muss ruhig stehen. Man konnte hier sehen, die Schimmelreiterin trabte erst in dem Moment an, wo sie den Schweif des Vorpferdes gesehen hat. Hier dieses ganz klassische Einreiten. Auch hier ganz wichtig, wirklich den Fokus gerade aushalten. Man kann hier erkennen, dass eine Dressurpferdeprüfung, dass die Pferde schwanken noch etwas. Aber das ist dem Alter der Pferde geschuldet und wird in dem Moment auch seitens der Richter noch nicht so stark geahndet wie in höheren Dressuren. So, das ist das mit dem Abteilungsreiten. Ja, auch hier wieder dieses klassische Wegreiten. Ich warne immer davor, zu korrigieren. So, was wäre jetzt fehlerhaft in der Abteilung. Erstmal, dass alle unterschiedliche Höhen haben, das heißt an unterschiedlichen Stellen zum Halten kommen. Dann natürlich, wenn man kreuz und quer steht oder der Zwischenraum zu eng oder zu weit gewählt ist. Ja, der Zwischenraum beträgt 3,20 Meter und sollte erhalten bleiben. Das nächste, was auch immer häufig ist, dass die Reiter viel zu früh versuchen, sich hinter ihren Vorreiter zu hängen, um dann den Hufschlag zu erreichen. So, jetzt sind wir bei dem klassischen Aufmarschieren, was ab der Klasse L üblich ist, wenn man alleine unterwegs ist. Da lautet das Kommando dann AX, einreiten, X halten, grüßen und dann meistens im Versammelten oder im Arbeitstempo antraben und dann rechte oder linke Hand. Ja, hier kommt man jetzt sehen, die Reiterin ist schnurgerade auf die Mittellinie abgewendet, kam ganz korrekt zum Halten und ist auch schnurgerade auf die Richter wieder zugeritten. Denkt dran, die Beurteilung eurer Dressurprüfung erfolgt von Grußaufstellung zu Grußaufstellung. Ja, die Lektion der Grußaufstellung wird mit beurteilt. Ist die Parade korrekt zum Halten, ist das Pferd in Anlehnung, steht es ruhig, schlägt es mit dem Kopf, nimmt es sich die Zügel in dem Moment, wo die Reiterin die rechte Hand nach hinten nimmt und leicht mit dem Kopf nickt und trabt es sofort auf Hilfe, bereitwillig in Anlehnung stehend, geradeaus an. Das sind die Bewertungskriterien der Grußaufstellung. So, was man nicht machen sollte, hatte ich ja gerade schon gesagt, man soll niemals anfangen, da wild rum zu korrigieren. Wenn man im Pferd unruhige Stehen beibringen will, kann man das so am besten dann machen. Hier nochmal das gleiche, hier dieses etwas hinten rausstehen, wird man vorne von x aus kaum sehen können, ja, weil die Vorderbeine, die Hinterbeine im Sichtfeld verdecken. Ja, ihr müsst immer denken, auch wenn die Zuschauer daneben stehen, ah, der stand nicht geschlossen, wie kann der jetzt eine 7,5 für das Halten bekommen? Ganz einfach, die Richter kann es von vorne nicht sehen. Und wenn das von vorne eine gute Parade war, das Pferd ruhig steht, die Anlehnung auch während des Grußes erhalten bleibt und das Pferd bereitwillig antrabt, gibt es seitens der Richter nichts zu meckern. Ja, das hat was mit dem Blickwinkel zu tun. Das erkläre ich euch gleich aber auch nochmal, wenn wir uns mal von der Bude bei C entfernen und uns vielleicht mal den Blick aus den anderen beiden Buden, die spätestens ab einer 2 Sterne L oder auch M-Dressur kommen. Hier sind wir einmal in der Richterbude bei M. Ja, kann man sehen, das ist so ein bisschen schwierig dann einzuschätzen bei der Grußaufstellung, aber da würde ich sehen, ob das Pferd hinten offen steht. Das gleiche bei H. Dafür kann ich andere Dinge nicht sehen. Hier nochmal so ein bisschen der eingeschränkte Blickwinkel, wenn ich aus der Bude bei H mal rüber gucke. Ich sehe also nicht alles. So kommen auch so Punktunterschiede unter Umständen mal zwischen den einzelnen Richtern in höheren Klassenzustand, weil alle so ein bisschen einen anderen Blickwinkel haben. In Mitteltrab auf den Richter zu sieht anders aus, als wenn man die lange Seite komplett im Blick hat. So, jetzt hier auch noch wieder so ein Klassiker, das Glockenzeichen. Wenn das Glockenzeichen ertönt ist, darf ich auch, wenn ich noch 45 Sekunden Zeit habe, nicht mehr an der Mittellinie vorbei reiten. Reite ich an der Mittellinie vorbei, muss ich auch aufmarschieren. Ja, das hat die Reiterin hier sehr geschickt gelöst, indem sie vorher eine Kehrtwolte geritten ist. Ja, eigentlich heißt das Leuten, ich habe 45 Sekunden Zeit und in diesen 45 Sekunden muss ich sehen, dass ich irgendwie zum Start komme. Bin ich wie jetzt gerade so kurz davor oder es wird geläutet, während ich gerade bei A vorbei reite, dann dürft ihr eure Linie natürlich noch fertig reiten, weil so spontan könnt ihr nicht sein. Aber ansonsten gilt, die dann lieber eine Kehrtwolte reiten und das Pferd noch einmal von der anderen Seite das Pferd begutachten lassen und dann erst losreiten. So, das war es dann wieder für heute. Ich wünsche, dass es euch gefallen hat. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Habt ihr Anregungen, weitere Fragen, schreibt es unten in die Kommentare. Ich beantworte es unheimlich gerne. Ich werde auch noch was dazu in meinem Hufschlag-Blog schreiben. Und dann freue ich mich, euch bald hier wieder zu sehen. Guckt euch im Zweifelsfall auch nochmal meine anderen Videos an, was die Rittigkeit der Pferde angeht. Guckt euch an, was die Rittigkeit der Pferde angeht.